Hier ist ein Wasserfall, hier ist dann der zweite Pool, der auch wieder schön mit Liebungenwasser. Es sind ganz, ganz tolle, im Moment sind wenige Gäste da. Hier geht es zur Röcke zum zweiten Pool hoch. Hier ist dann das Pool-Rösterfall und hier vorne haben wir die Pool-Bahn. Da wollen wir jetzt mal schauen, ob wir hier was zu bringen und riechen, weil da kann man sich reinsetzen, hat Tische drin und kann auch ein bisschen schön feiern.